Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bayblade Battles. Ihr wisst bescheid. Und heute gibt es jetzt mal wieder AMV Edition. Also ich werde hier nicht so viel reden. Ich habe hier diesmal Rewire Phoenix gegen Dromontar. Ich denke, das wird eher nicht so interessant. Aber ja, zwei nicht so heftige Angriffstypen. Ja. Ne, dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal an. Oder habe ich noch was zu sagen? Das habe ich nicht. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Freitag kommt noch ein Stream. Vorbei schon. Freitag 17 Uhr denke ich mal. Wahrscheinlich oder schon früher. Aber achtet einfach auf Freitag 17 Uhr, ja. Ja, würde ich sagen, fangen wir mal direkt an. Auf das mal wieder schonrotto in der Bethe. 08 mal kurz Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020